Attacke! Ich hau den Tommi kaputt, den rennenden Stuhl hier bei einer neuen Runde. Propant hier, Garrys Mott. Weißt du was, jetzt reicht's mir. Ihr seht gerade das wahre Bild von Sarazar, wie er mit seinen Mitarbeitern bei der Premise GmbH umgeht. Dieser gottverdammte Stuhl. Alter, der ist ein Dork. Wie will so ein Ikea-Stuhl aus, hey, da hat man's mal gesehen. Macht spannend. Macht spannend, so leid. Ja, Hunters win und jetzt beginnt eine neue Folge. Hier, in dieser schönen Karte Port heißt die. Ziemlich geile Map, ne? Very wow wow. Super. Was? Extrem cool. Oh, ich muss suchen. Oh, das wird spannend. Wen haben wir denn bei mir im Team überhaupt? Es sind auch sehr, sehr viele Gegenstände auf der Map. Ja, das wird richtig, richtig spannend. Und du bist einer davon. Sehr schwer. Ein Gegenstand. Ich bin Hunter, ich bin Hunter diesmal. Achso, dann nicht. Ja, wir legen los. Ich bin, dass der Party das auch entdeckt hat. Das Spielprinzip kennt ihr, glaube ich, muss man nicht weiter erklären. Drei, zwei, eins. Es geht darum, hier versteckte Gegenstände zu finden und viele Spieler sind versteckte Gegenstände oder andersrum genauso. Ich bin das. Ne, ich bin Hunter, Patrick. Hier kann man ja wirklich alles sein. Das ist ja immer hier. Oh, der Major, oh. Das ist schon gut, dass wir die Regel haben mit dem Bewegen ab einer Minute, weil sonst... Ja, das haben wir ja, die Regel ist ganz gut, glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall. Oh, wie schön. Boah, ist das hier krass, ey. So viel. So viel, ey. Ja, das kann überall sein. Also, die Rundenzeiten sind hier aber auch etwas kürzer in der Map. Die spielen wir heute mal, weil die jetzt ziemlich groß ist. Man hat natürlich Vorteile, wenn man die Map wirklich... Ey, Leute. Wehe, hier kommt jetzt Einspruch. Die Einspruch. Und? Ach, wegen dem Projektor oder was? Oh, Gott sei Dank. Boah, der hat das kaputt gemacht. Die kann man kaputt machen. Macht er einfach den Dog kaputt. Okay, noch eine Minute, bis wir laufen müssen. Und es sind alle dabei. Auch ein anderer Spieler, Golub, der ist hier auf dem Sommer gewinnt. Oh, da kommt noch einer. Patrick ist tot. Same Dream Shiner ist auch am Start heute. Boah, ja, wusstest du das? Patrick ist tot. Aber ich war gesund. Ich habe kurze Zeit den Namen gesehen, Patrick. Warlack ist gut. Man kann hier eh durch die Wände gucken, wenn man an der Wand steht. Ich war doch gesund. Ja, aber... Nee, ich mag keine Wand. Wenn man an der Wand steht, kann man wirklich durch die Wände gucken. Okay, noch eine Minute, 40 Sekunden, dann müssen wir laufen. Ich tue es jetzt schon ein bisschen. Oh, der Kämpfen geht voll ab. Oh, oh, da haben wir noch zwei da. Ich und der Golub. Und ich glaube, der Golub ist nur Spectator. Der ist gut. Ich glaube, der Golub war gut. Der Golub ist tot. Und jetzt habe ich noch 20 Sekunden. Da muss ich laufen. Das wird also eine harte Nummer. Drei Sekunden ungefähr davon stehen bleiben. Wir haben das so gemacht, damit die Gegenstände gerade in so großem Heps sich nicht komplett verstecken. Und wenn die flippt aus, weißt du, er muss direkt ausrasten. Einfach so. Ich will nicht mehr leben. Da sind jetzt einige nachgejoint. Oh, hier geht es die Treppe hoch. Ja, es soll doch lustig. Umso lustiger. Umso mehr, umso lustiger. Dobby X ist auch dabei. Der Warte muss gleich laufen, ne? Können einige Community spielen. Ich muss jetzt laufen. Ab jetzt musst du laufen. Iiit, 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 iiit. Ich muss ja nur in Bewegung bleiben, ne? Ich kann ja laufen, wie ich will. Oh, bewegt sich ein Blumentopf. Oder so. Echt? Der schaukelt da vorne. Das ist ein bisschen assi, was ich mache, oder? Nichts, gar nicht. Aber das kann man machen, oder? Ist das egal? Ist das egal oder ist das nicht egal? Ah, ich weiß, dass er macht. Da! Nein! Was soll denn? Was soll denn das denn? Alter, vor der Aim-Bot der Kurier. Ich weiß, was du gemacht hast. Du standst im Raum, bist du die ganze Zeit hin und her gelaufen, ne? Genau. Ja, das war so klar. Riese Nummer. Ja, aber ich hatte keine Chance. Wenn ich rausgerannt wäre, wäre ich sofort aufgefallen mit dem. Oh, Dobby ist jetzt auch hier. Mit der Tarnung, die ich habe. Oh, Dobby. Dobby, der Hauself, oder was? Genau. Harry Potts auch. Oder auch Dustin? Okay, gleich geht's los. Und dann laufen wieder drei Minuten, wo wir diesmal die Hunter nehmen und den anderen in den Hinterträden werden. Nein! Was soll denn das? Benni, ernsthaft? Was ist denn los, Benni? Ich war ein riesiger Tisch einfach nur. Aber bist du schon platt, oder was? Es ist so schwer, die Sachen auszuwählen. Und die anderen kennen auch diese eine-Minuten-Regel nicht, ne? Das stimmt. Ja, aber das wäre nicht so. Was bin ich denn? Alter, ich glaube, bin ich eine Furst? Das würde ja zu dir passen, lieber König. Beste Aussage des Tages. Ja, ich weiß nicht, was ich bin. Du bist bestimmt die Furst. Alter, hier was zu finden, das sind so unglaublich viele Gegenstände. Das geht natürlich überhaupt nicht. Alter, was geht hier ab? Ach, guck mal, ich spiegel mich sogar hier. Also wir müssen gucken, wo irgendwas doppelt steht. Aber ist der Spiegel jetzt nicht direkt zersprungen, Patrick? Alter, auch hier in der Küche und so. Aber die Map ist ja mega geil, oder? Du warst zu schön für den Spiegel, ne? Genau. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Cool, hier kann man auch rausgehen komplett. Oder Dennis, Dennis, Dennis einfach. Spieglein, Spieglein an der Wand. Aha. Wer ist on air? Wer ist on air im Ganzen? Alter, was für miese Verstecke man hier machen kann. Hä, warum bewegt sich das die ganze Zeit? Boah, auch hier draußen. Hier draußen ist es mies, aber hier draußen ist, glaube ich, keiner, weil dann wäre... Ja, aber ich sehe so viel einfach los. Ja, das ist mega krass. In drei Minuten sollen wir das finden. Das wird hart. Das wird echt schwer hier gerade mitten in der Nacht. Ja, das sind auf jeden Fall viele. Wir haben ja immer noch dieselben Sessions wie bei der letzten Folge. Wir nehmen ja direkt immer ein paar Folgen auf. Und das wird unsere Prop-Und-Session. Wie gesagt, danach hauen wir mal ein anderes Spiel auf die Pfanne. Wir machen so drei Folgen oder so. Und dann gibt es dann noch was Neues, Leckeres. Kann man hier den auch zerstören. Alter, das ist wohl schwer hier. Ja, ich warte fast, bis die laufen. Weil dann müssen wir den Laden hier übernehmen. Ich kann mich gar nicht bewegen, ey. Ohne die Laufregel ist es fast unschaffbar, hier irgendwie was zu reißen. Ich glaube schon die ganze Zeit. Such also Gegenstände, wo man sich nicht bewegen kann. Oh, ich hänge jetzt hier fest. Fest. Komm mal, Patrick. Hä? Moment, ich komme mal rum. Seitdem ist der Arm drin. Guckle, säckele. Wir machen Bock auf eine B-Vie. Hier, hier ist eine Wurst. Was? Aber der müsste sich an der Küche sein. Aber der macht die Hose zu. Wie die Wurst da rumfliegt. Okay, ihr müsst laufen, Jungs. Ihr müsst laufen. Da rennt, da rennt einer. Melone oder was ist das? Der ist nach unten gelaufen. Das geht nicht. Laufe. Oh, Alter, wenn das geht nicht. Wir müssen nach unten, wir müssen nach unten. Wo ist der Kohl hin? Immer Wurstaufstrich. Vielleicht hat der Kohl aus seiner Person gewechselt. Man muss ja nur in Bewegung machen. Okay, ich bin tot. Okay, es sind aber noch ein paar am Start. Was sind die Kohl? Genügend. Das sind verdammt viele, Dobby. Hier ist nur Mülltonnen. 33 Sekunden, oh Gott, das werden wir nicht schaffen. Nein! Nein! Oh, die Karte ist echt sau schwer. Oh, ich hänge fest. Ja, das ist ein Kohlkopf tatsächlich. Alter. Kohllob. Das wieseste Versteck ever. Wer denn? Alter Schwede. Ihr müsst euch doch schon längst bewegen. Ja, ich lauf doch schon. Oh, wer ist das denn hier? Curry, Alter. Jetzt haben natürlich die anderen auch den Vorteil, die sich nicht verstecken, die Leute jetzt auch hier dabei sind. Versteck dich, versteck dich, Curry. Wer ist denn das hier? Wer rennt denn bei mir? 4, 3, 2, 1. Ich schwebe gerade durch die Luft als blauer Stuhl. Ich bin eine Gummivurst, eine Gummivurst bin ich. Mist. Ah, da oben. Wer ist denn da? Da waren die Bananenschauer. Wir haben nur zwei Leute gekannt. Nur zwei Leute. Curry ist der Name Programm auf jeden Fall. Ja, der ist auf jeden Fall eine Currywurst mit Abstand. Die Wurst. Das war aber so eine Leberwurst oder so eine Schinkenwurst oder sowas. Okay, 30 Sekunden hat man, um sich zu verstecken. Boah, das ist wohl die Auswahl jetzt hier. Auswahl? Das ist schwierig. Du hast eine riesige Auswahl hier gerade. Der Pelz ist eine riesige Auswahl. Eine riesige Auswahl. Hör mal, nimm sie was, wollen sie was, kommen sie ran. Hör mal da einen Hummer, dahinter eine Flasche Wein hier. Bei mir ist es hier für den Preis von einer. Pack ich dir fest. Schon wieder. Ja, der Kohl ist ja ganz cool, aber ein bisschen scheiße, oder? So, los geht's. Ich bin eine Wurst. Fuck. Oh. Alter, geiles Wisch. Fats. Hört, was? Krass. Alter. Assi. Was hast du denn? Ich habe jemanden in der Küche laufen. Nein, da war keiner. Nein, da war keiner. Gar nicht. Wer war denn die Pfanne gerade? Wer war denn gerade die Pfanne? Ich war das. Du hast uns voll verraten, Alter. Du hast uns in die Pfanne gehauen. Ich war vorher der Herd, aber der steckte fest. Ich habe doch mal vorher der Herd. Ich bin bald auch einmal die Pfanne. Du alte Pelz. Ich habe auch nicht die Pfanne gehauen. Ich habe gar nichts. Also persönlich, um ein Versteck zu sagen, gefällt mir das vom Major am besten. Das ist richtig super. Es gibt ja noch so wenig. Das ist daran so toll. Same, Dream, Shiner. Was? Ja, Same, Dream, Shiner. Ich spiele ja auch mit International hier die ganze Runde sozusagen. So, und es ist noch eine Minute, bis es gelaufen werden muss. Oh, ich bin tot. Was hast du denn gemacht? Ja, dann hast du wahrscheinlich zu wenig Leben gehabt. Mann, 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 Mann. Oh je, oh je. Wer ist denn hier? Der Bronze lebt noch und der Dobby. Oh Gott. Der Blobby, der wackelt. Der Blobby. Der Dobby wackelt. Was ist denn jetzt? Zwei Kissen? Oh, Mann. Hey, wie ist das Gleiche passiert? So, Bronze, jetzt, ne? Viel Spaß. Denk auf dein, achte auf dein Leben. Bronze. Ja, ja, klar. Aber das ist jetzt nicht so schwierig eigentlich, der eine. Oh, scheiße. Hä, wieso, wieso der eine? Wieso soll das nicht schwierig sein? Es sind noch zwei, es sind zwei noch. Ja, ja, aber der eine ist nicht so schwierig zu erraten. Ich finde beide recht schwer zu erraten. Ehrlich gesagt. Ja, aber guck dir das doch mal an. Wo ist denn der Major? Ja. Das frage ich mich auch. Die haben sich alle selber umgemacht. Major, Major. So, Major, in fünf Sekunden musst du laufen. Okay. Let's go. Einfach mal stehen, Bronze. Okay, jetzt, komm, komm, komm. Jetzt muss der Major laufen. Und da sehen wir ihn laufen. Ich habe ihn gerade laufen gehört. Irgendwas habe ich gehört. Ach, hier, aha. Ja, du musst auch so verlustig laufen. Ich laufe doch. Ja, das ist ja beide eben auch so. Er ist oben, er ist oben. Ja, ich bin oben. Aber eigentlich ein gutes Versteck oder guter Gegenstand. Der ist ja doch irgendwo, ich höre den doch, Mann. Guck mal, wie er hier nicht rumläuft. Eins, zwei, drei. Ich darf doch drei Sekunden. Aber das hörst du auch, wenn der oben über dir läuft. Ja, hört man das, meinst du? Ich glaube schon. Also ich sage euch gerne einen Tipp, weil sonst ist das blöd, weil der andere ja nicht läuft. Same dream, Scheiner ist in der Küche. Ja. So sollten wir das schon machen. Das ist der beste Tipp ever. Ja, 15 Sekunden. Ja, aber den erkennt man, also wenn du da jetzt in den Raum gehst. Boah, da habe ich was gesehen hinter dir. Der ist einfach der zweite Tisch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, das gibt es ja wohl nicht. Hallo. Oh, Brunze, ernsthaft. Brauchst du? Wie geil dabei, Alter. Oh, Melcher, sehr gut gemacht. Super nice. Melcher, das war ein absolut verdienter Sinn. Du bist aber ein linkes Hügelchen. Da haben wir ja auf Prinzip was rausgehalten. Geil, Brunze. Sehr lustig. So, und wir werden wieder Hunter. Wir müssen wieder suchen. 30 Sekunden haben die anderen, um sich zu verstecken. Wie immer, wie immer. Oh, ich bin auf jeden Fall Öko. Ich auch. Ökowurst. Ah, das heißt du bist ein Kohl. Tofu, Tofu. Wenn du Öko bist, oder? Ein bisschen Kohl wahrscheinlich. Oder so ein Salatkopf. Was ist das? Eisbergsalat, Kohl. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, Kohl. Boah, Alter. Voll Kohl, Alter. Alter, Tarnmode activated. So krass. Okay, los geht's. Neue Wunde, neue Sprecher. Tommi, bist du das da hinten? Ja, ich glaub schon. Also ich finde, Deckhardt ist es wirklich schwer, das zu finden. Ja, fahren wir sind ein wenig, ne? Aber. Alter. Oh, ich koch uns mal hier was. Hier Frikadell, hier. Warum liegt da so ein Burger so verdächtig da unten? Der hat keine Gürkchen drauf. Der muss es sein. Der will ihn gegessen werden. Hätte ich jetzt Hunger drauf, ehrlich gesagt. Boah, hätte ich jetzt auch voll Hunger drauf. So ein Burger wäre genau das Richtige. Und dann Döner. Oh, Alter. Ginge auch, ginge alles. Kann man beides machen, ja. Alter, wer ist da wieder ausgeflippt? Ich musste einfach mal eine Granate werfen. Oh, jetzt habe ich noch 10 Health. Das war nicht so gut. Zu viele Gegenschläge. Nein, steck hier fest. Das war nicht so schlau, Heseraza. War super. Wie geil eigentlich die Waffe in der Hand schwebt. Ist auch ziemlich nice, ne? Ist ziemlich gut gemacht. Ja. Sieht mega lustig aus. Alter, hier die Karte gibt es einfach viel zu viele Gegenstände, als dass man das mit der ohne die eine Minute Regeln irgendwie lösen könnte. Da werden immer wieder... Wir müssen uns eigentlich besser aufteilen. Nimm mal bitte die SMG, wie das aussieht. Also mal ehrlich, ich bin... Warte mal, hier sind doch normal nicht so viele Stühle. Ich glaube, ich vermute hier jemanden. Ich kann aber nicht anschießen. Da oben ist einer in der Küche auf jeden Fall. Da unten ist eine Tasse. Der Bronzer als Tasse. Hallo Major, tschüss Major. Die Tarnung ist aufgeschoben, Hilfe. Scheiße, ich habe dich verloren. Was? Was? Ist es doch hier oder was? Der ist hier drinnen im Gebiet irgendwie. Was ist er bei mir? What the fuck? Das Problem war, dass das... Das war ein anderer Spieler, der hat mich natürlich nicht gehört. Dennis, lebst du noch? Ja, ja, ich habe ein ganz gutes Vorstück. Und der Bronzer hat wahrscheinlich jetzt auch sein Identitätsgewächs. Der muss auch in 15 Sekunden Lovilo losrennen. Deswegen beobachtet mal das Gebiet weiter. Ja, 300 Mal schon an euch vorbeigejumpt, ey, Leute. Und 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ach, Mann. Wo läuft hier jemanden? Ich hänge auch fest, Mann. Ich kann mich nicht bewegen, schon wieder. Wo läuft hier jemanden? Nein, was mache ich denn? Ich bin so doof, Alter. Ich kann mich nicht bewegen, Mann. Ey, ich auch nicht, ohne Witz. Alter, wer ist denn die Mülltonne, Mann? Ey, was musst du denn da, Alter? Komm mal nach oben, einer ist hinter mir LKW. LOL, Benni, Alter. Oh, die Tür war voll stuckt. Hier muss der auch irgendwo sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los, Curry? Also, ich würde ja jetzt echt gerne laufen, aber ich kann es halt nicht. Das ist... Sauberes Versteck, Alter. Ey, da musst du uns einen Tipp geben. Ja, ich... Also, der Benni hat echt einen sauberen Versteck. Warte, warte mal. Der Bronzer will einen Tipp geben. Alter. Ich stinke, ich stinke. Das ist eine Flasche hier. Du stinke irgendwie, interessant. Ja, aber das ist ja kein Tee-Bronzer. Die Bronzer hat mal wieder den Mund offen, weißt du? Oder die Beine breit. Fischmarkt. Was? Du war gut dabei, den Mülleimer. Nein, nicht da runter springen. Da, 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 da. Ja, ich hab ihn erwischt, ich hab ihn erwischt. Das war so klar. Kann doch nicht sein. Der Superhörner, der Dennis ist am Leben. Oh Gott, nur noch der Dennis. Jetzt geht's los. Ah, der Dennis hat gewonnen. Das war aber krabb. Hier hinter euch. Ich bin die Flasche. Guck hinter dir und sag, er sagt, er hat... Ah, du Penner. Ich war die ganze Zeit... Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen. Die ganze Zeit habe ich mich bewegt. Und ihr habt die magische Flasche nicht gefunden. So. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch die letzte Runde für diese Episode. Die werden jetzt was kürzer sein. Die letzte Runde, meine Damen und Herren. Warte, oder die vorletzte, ich weiß gar nicht genau. Müssen wir gleich mal gucken. Gucken, ne? Mal gucken. Ich glaube, 16 oder 17. Gucken, wie schnell die geht. 16 Sekunden, dann geht es weiter hier mit dieser Folge. Let's play Propond. Also Mülleimer zu sein ist auf jeden Fall nicht so toll irgendwie. Hat aber Spaß gemacht. Da sprichst du aus deinem eigenen Erfahrung, wa? Hat aber Spaß gemacht. Es war eine Erfahrung. Ich wollte schon immer mal Mülleimer sein. Also der Bronze mal längerer Zeit... Ohohoho. Das war ganz schön knapp. Okay. Es ist ruhig. Ich riskiere jetzt was, pass auf. Nein, nein, Dennis. Nein. Alter, wären da halt eine Granate geworfen. Der Bronze, Alter. Wie werfe ich denn nochmal die Nade? Du, Siegkommando hier. Rechte Maust. Oh, was war das? Was zur Hölle? Alter, das war doch random. Hört auf mit der Granate. War das der Kanister? Ja, nein, war ich nicht. Aber das ist immer blöd. Wenn er einfach in die Luft erlässt, die Granate weg. Wenn wir jetzt in die Wege kommen, Leute... Ja, die Granate ist echt scheiße. Ja, die Granate ist kacke. Ja, da läuft eine Tasse rum. Weil ich wäre das voll gut gewesen. Benni hat mich nicht gesehen. Ich stand die ganze Zeit perfekt. Box! Du hast einfach eine Granate auf den Benni geschossen. Mich dadurch erledigt. Das ist ein bisschen schade. Aber komm, zu der Verteidigung muss ich sagen, ich hab mich auch selber umgebracht. Ja, super, aber das ist ja doof. Komm, du musst den Raketenwerfer her. Ja, ich hab auch so... Aber das hatten wir vorher auch nicht gesagt. Ich bin aber Raketenwerfer sollten wir lassen. Oder was meint ihr dazu? Kann die Community auch ein bisschen mitentscheiden. Okay, lassen? Okay, gut. Lassen wir den, glaub ich, sein. Weil das ist sonst zu... Ja, stimmt. Den Granatwerfer nicht mehr. Komm, wenn man den einfach... Das ist zu heftig, Mann. Ohne, ohne Dings... Ja, das ist echt zu heftig. Das Geilste ist einfach der Major, ey. Ohne Scheiß. Das ist der Hammer. Was macht er? Ja, gib mal einen Tipp. Komm, Major, zeig dich. Nee, den Tipp muss der Major-Win dann selber geben. Also wir haben halb vier Uhr morgens, glaub ich, mittlerweile. Oh Mann. Major... Und es war halt spannend. Eine Folge machen wir aber noch. Früh am Abend. Gib, schnapp die Zeit, läuft Major. Major, Wager. Übrigens dann auch da, ne? Ach so. Ja, das ist so. Oh, der Playset. Ja, der Curry ist dreimal über mich gelaufen. Ich mag den verstecken, Alter. Nee, Curry. Von Same Dream, Scheiner ist auch nicht schlecht. Da werde ich jetzt einen Tipp geben, wo Same Dream Scheiner ist, weil er kann halt nicht laufen. Same Dream Scheiner steht an einem Computer. So wie dazu. So, ey, du musst rennen, ihr müsst rennen, Leute. Nur zur Info, ne? Patrick? Geht nicht. Geht nicht. Steck fest. Curry, weißt du, dass es sehr komisch ist, dass auf den anderen Tisch zwei Tasten nebeneinander stehen. Der Patrick ist sehr tischig. Man kommt nicht auf den Tisch. So, dass man sie den Tipp geben muss, ihr leid zu sein. Jetzt zieht den doch nicht auf. Hast du ein Major? Du musst auch in Bewegung bleiben. Ich kann nicht, ich kann nicht. Okay, der Major ist ziemlich kistig. Der Major ist kistig. Der Major ist kistig. Ja, kack, du bist, ey. Das gibt's doch nicht. Ich bin nicht kistig. Du bist ein Stuhl, oder? Das ist aber geil. Das ist ja weggelaufen. Sehr gut. Ich kann mich nicht bewegen. Das geht nicht. Ja, manchmal stuckt das leider. Ja, ja. Aber das Coole ist einfach... Kann man nix machen. Mega nice, geil. Checkt's nicht. Egal. Was denn? Der Dobby X, Alter, der hat's einfach so gar nicht gereilt. Ich glaube, ich weiß, wo der Major ist. Der Patrick ist der alte Tisch und der Major ist die Kiste. Das ist, glaube ich, total einfach. Also die Tipps muss ich jetzt geben, weil natürlich die Jungs nicht rennen können. Ja, das war's doch so. Aber sehr gut, komm. Warst du die gelbe Kiste, Major? Alter, das war schon nice. Das war richtig nice. Köring, war der Karton oben, wo du gestartet hast? Ja, ich konnte mich leider nicht... Ja, das wusste ich leider nicht. War auf jeden Fall wieder eine lustige Runde hier bei PropHunt und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Biii. Ciao. 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 Ciao.